Ich bin Florent, ein Chefprojekt von der Extension und dem Inbau von der Gerle Zübersch. Mit Mobilität von Moor spielt Disga wirklich eine zentrale Rolle. Sämtliche Hauptzustrecken treffen sich halt. Durch das immer mehr Leiden und Zugführer wille, muss man gerne mit dem Mond wissen. End 2021 geht gar zwei Neukälen auf Heerweiter Gleise. Für diese zusätzliche Kapazitäten nutzen zu können, muss man selber aber auch eingebaut gehen. Dafür wird der Gleisplan, also klar für Weischen, Gleise, Signale und Kartenären komplett erneuert. 2021 ist das am nördlichen Teil von der Gergeschütte. 2022 geht das Erbischen am Süden weiter. Ziel aus ist, dass Altsuchlin sein Eje Gleise an der Stadt hört. Dazu ist für ihr verbesserten Zugtraffik und mehr Pünktlichkeit für alles Krieger. Wir entspricht uns gleich durch die Ebene geblieben, 5'00. Wir sind ein beeindruckt. 0,005. Diese Frage von Altsuchlinien ist eine sehr wichtige Zeit. Auch im Auftrag des Spanns des Spanns des Spanns des Spanns des Spanns. Vielen Dank.